Trejo, Crack, stomp you! Hey, das ist Rollins. Geh runter zum Gym. Es gibt ein paar Dinge, die von mir lernen müssen. Gleich. Du solltest hörten, Bitch. Wenn du die Chance hättest. Jetzt Crack, er wird stomp... ...hier... ...hier... Hey, wie geht's? Moin! Alter, vierter... Wir könnten uns jetzt so hochpowern, ne? Ready, um einen neuen Style? Ready, trainieren? Wir machen's einfach. Wir haben's einfach gemacht. Was? Ich mein, warum auch nicht? Hallo? Clubmörder, Fat Joe, ey, äh, äh, Crack. Fat Joe, auch ein Rapper. Ich glaub, der macht heute sogar noch Sachen. ... 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 Gott, bist du scheiße nervig, Mann. Ja, klar, wie ich fucking rematch. Hm, was? Guck mal, ich kann auch ein langsamer Move. Jetzt bin ich wühlt. Arschloch. Fick dich. Du Schwanz. Ja. Unter einer Minute, Junge. Was willst du? Putz die Schuhe, Junge. 3000 Development Points. 59 Sekunden beim zweiten Mal, ja? Du Stricher. Bitsnitz, Freunde. Bitsnitz. Craig im Krankenhaus besuchen. Nein. Du hast gut gemacht. Schau, wir haben viel Arbeit zu tun. Aber erstens, ich will, dass du etwas hast. Das ist, um zu zeigen, wie viel ich verabschiede, was du für uns getan hast. Jetzt, deine Familie. Ja, ja, ja. Du hast es, deine Familie. Oh, da. Oh, da. Oh yeah, er hat gesagt, Freunde. Das ist richtig, Ryder. Bruder, Ryder, lass uns nicht konzentrieren. Ryder. 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 Ich muss sie raus, ich muss sie raus, ich muss sie raus. Nein! Ich muss sie raus. Ja! 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 Ah! Bruder, du mit deinen harten Antagen, ne? Nussknacker! Ah! Haben die bei dir falsch gemacht, Trecho. Vieles anscheinend. Alter! Nervig! Das wird jetzt unrealistisch, Freunde. Aber das ist auf dieser Map halt der ultimative Finisher. Ne, doch nicht. Ach, ne, das wäre passiert, wenn der Zug nicht, äh, dran vorbeigefahren wäre. Dann wäre das der ultimative Finisher. Aber Trecho ist sowieso erledigt. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Daher! Keine Ahnung, bist du mit uns. In der Lage, bist du mit uns. In der Lage, bist du mit uns. Bekomme ich. Abwech das. Crow ist gonna die für das. Nein! In der Lage, was ich gesagt habe, das ist die Art, aber nicht die Art. Bekomme! Oh, ja, komm. Na, los, los! Wir müssen ein Fahrrad machen. Ja! Wir werden Abwechern, nimmst Du mit dem. Ja! Wir werden Abwechern, nimmst du mit ihm. Das ist das genau was er zu sagen. Er wird sich warten. Was? So we just run away scared? Do I look scared? No. But I ain't stupid either. We gotta do things the right way. D-Mob's way. We take Crow's turf by beating his fighters. Yeah, you're crippled and half the crew's jumped town. Man, we gonna need some help. Hey! What's going on? Ach, Redman. Du bist mir vielleicht einer. Ja. Wahrscheinlich von Crow, oder? Die Mob? Don't worry about me. Follow Blazers lead and get our clubs back. Okay. Take a hint. What you gonna do now, bitch? You keep messing with me? And I kill you and your crippled ass friend. Okay, cool. Danke für die nette Nachricht. Crow? Du ho? Iiiihihi. Alles ne Spaßvolle. Hey, how's it going? Hallo, Rollins. Let's get down to business. 5600, Alter. Adding a new style will unlock many possibilities. The style has been added. Faster, stronger, tougher, tougher. What do you want? Hallo, dude. Das hast du jetzt echt gewaltig viel cashed in der Täsch, ne? Mhm. Auch hier. Ja, ich glaub das ist so gut. Das war's schon wieder mit den ganzen schönen Points. Der NG, Alter, den hab ich damals gerne gespielt. Den kenn ich nicht. Wahrscheinlich kenn ich den noch, aber ich hab den Namen dann vergessen. Der NG, Baxter. Den Typen. Street Fighting. Ich weiß nicht, DG, ist er auch ne reale Person nahempfunden oder? Ich hab keine Ahnung. Ich kann auch nur sagen, Raya ist böse. Für die ganze Scheiße, die grad nicht immer passiert ist. Wir sehen... Jetzt auf einmal wechs raus, oder? Oder? Oh Gott! Ja, da. Nussknacker, Junge. Mach's halt so. Du mach's an. In der Tat geht das, dann ist die Wand. ich muss halt echt abloggen lernen reiberkäse reiberkäse weiß reiberkäse 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 Jibiiiichaa! Alter, sei jetzt mal nicht so aggressiv hier. Muss ihm das kurz Zigarettoß machen. Ich lege es einfach auf. Das wird schon gut gehen. Ah, man kann auch nichts machen, ne? Oh, sorry.